Moin, herzlich willkommen zum dritten Video der Playlist Mathe-Rätsel. Heute habe ich euch das sogenannte Geburtstagsparadoxon mitgebracht. Ich blende die Aufgabe einmal ein. 30 Leute sind in einem Raum. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zwei Leute am gleichen Tag Geburtstag haben? Das ist hier die Frage. Es gibt vier Antwortmöglichkeiten. Nimm dir mal ein bisschen Zeit, überleg dir mal. Du kannst es vielleicht schätzen, vielleicht kannst du es auch ganz konkret berechnen. Das werde ich natürlich gleich einmal machen. Aber jetzt hast du erstmal die Möglichkeit, das Video zu pausieren. Starten wir mit der Lösung und schreiben uns erstmal auf, was wir überhaupt ausrechnen wollen. Wir wollen die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass mindestens zwei Leute am gleichen Tag Geburtstag haben. So schreibt man das in der Wahrscheinlichkeitsrechnung auf. Ein großes P und in den Klammern steht genau das, was man haben möchte. Jetzt überlegen wir uns mal, wir können uns eine kleine Skizze machen. Und ja, wir haben insgesamt 30 Leute. Jede Person ist jetzt hier einmal mit so einem roten Quadrat gekennzeichnet. Und jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, von den 30 Leuten, alle haben am unterschiedlichen Tag Geburtstag. Das ist die erste Möglichkeit. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, dass zwei Leute am gleichen Tag Geburtstag haben. Dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, dass genau drei Leute am gleichen Tag Geburtstag haben. Und das kann ich immer so weitermachen. Das heißt, vier Leute haben am gleichen Tag Geburtstag und so weiter und so weiter. Das sind alle Möglichkeiten, die es überhaupt gibt. Und wir wollen ja wissen, dass mindestens zwei Leute am gleichen Tag Geburtstag haben. Wenn wir uns also alle Möglichkeiten anschauen, können wir uns jetzt hier alles mal grün einkreisen. Alles, was jetzt hier grün markiert ist, diese ganzen Wahrscheinlichkeiten wollen wir haben. Also entweder zwei am gleichen Tag, drei, vier, fünf, sechs oder sieben und so weiter. Und jetzt, ja, das müsste man alles natürlich ausrechnen und zusammenrechnen. Was man aber jetzt auch machen kann, ist, man kann sich überlegen, dass alle Wahrscheinlichkeiten zusammen, die hier stehen, sind 100 Prozent. Also eins. Und wenn ich jetzt rechne, eins minus die Wahrscheinlichkeit, dass alle an unterschiedlichen Tagen Geburtstag haben, habe ich nämlich genau das raus, dass mindestens zwei Leute am gleichen Tag Geburtstag haben. Das ist sozusagen eigentlich die Hürde. Die muss man erstmal verstehen. Ich probiere es nochmal mit anderen Worten zu erklären. Wenn wir wissen, dass alle an unterschiedlichen Tagen Geburtstag haben und diese Wahrscheinlichkeit, wenn wir das kennen, müssen wir das nur von 100 Prozent abziehen und dann haben wir das Ergebnis, was wir daraus haben, ist, dass entweder zwei Leute am gleichen Tag haben, drei, vier, fünf, sechs und so weiter. Das ist also jetzt unsere Aufgabe, das Blaue einmal zu berechnen, dass alle an unterschiedlichen Tagen Geburtstag haben. Das machen wir doch jetzt einfach mal und fangen wir mal direkt an. Dann verschieben wir mal die 30 Leute hier hin und jetzt können wir uns mal so einen Kalender einblenden lassen. Und jetzt verteilen wir doch einfach mal die Leute auf unterschiedliche Tage. Jetzt schreiben wir oben die Rechnung einmal auf eins minus. Und jetzt nehmen wir mal die erste Person, also das erste Quadrat und packen auf irgendeinen Tag. Das ist ja egal. Die erste Person kann sich eigentlich einen freien Tag aussuchen. Und jetzt aber die zweite Person ist wichtig. Das zweite Quadrat, was wir nehmen, muss irgendein anderes Feld sein. Also es darf nicht das Feld sein, was die erste Person schon hat. Und diese Wahrscheinlichkeit, es gibt ja insgesamt 365 Tage, davon können wir ausgehen. Und wir wissen, es stehen jetzt für die zweite Person nur noch 364 zur Auswahl. Das heißt, wir können aufschreiben 364, 65. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass die zweite Person an einem anderen Tag Geburtstag hat. Nun, die dritte Person müssen wir auch irgendwo hinschieben. Die muss auch auf irgendein Feld, aber nicht auf die beiden, die schon vergeben sind. Also für die Person stehen auch 365 Tage zur Auswahl. Aber die Felder, die sie nur belegen soll, ist 363. Also das müssen wir jetzt natürlich multiplizieren, weil die Ereignisse folgen hintereinander. Das ist die sogenannte Produktregel. Und hier haben wir jetzt 363, 65. Und das Spiel machen wir jetzt weiter mit der nächsten Person. Die schieben wir auf irgendein anderes Feld. Wir multiplizieren wieder. Jetzt haben wir wieder einen Tag weniger zur Auswahl. Das wären es 362, 365. Und ja, machen wir nochmal ein Beispiel. Zeigen wir nochmal. Schieben wir wieder eine Person auf irgendeinen Tag, der noch nicht vergeben ist. Und hier multiplizieren wir das wieder. Und wir sehen, der Zähler wird immer weniger. 361 und der Nenner bleibt gleich, weil es bleiben ja immer die gleiche Anzahl von Tagen für alle zur Verfügung. Gut, und das Spiel können wir jetzt weiter treiben. Wir können auch einfach sagen, die ganzen Leute können wir jetzt einfach mal verteilen. Und die Rechnung, die dahinter steht, ist, dass wir jetzt immer für jede Person eine weitere Zahl ran multiplizieren müssen. Und zwar die Zahlen, die jetzt kommen, werden immer weniger. Der Nenner bleibt immer gleich. Der Zähler wird immer einer weniger. Und jetzt ist die letzte Zahl, die übrig bleibt, 336, 365. Und diese Zahl, warum ist das die letzte Zahl? Die erste Person ist egal. Die darf sich irgendein Feld aussuchen. Aber die 29 Personen, die danach kommen, die kriegen immer ein Feld weniger zur Verfügung. Immer einen Tag weniger. Und so nimmt der Zähler immer um einen weiter ab. Und ja, das ist der ganze Ausdruck. Den muss man berechnen. Das kann man einfach mal in den Taschenrechner eintippen. Und wenn man das macht, kommen wir nämlich genau auf 0,7063. Und das sind nämlich genau ein bisschen mehr als 70 Prozent. Kaum zu glauben, hätte man intuitiv nicht gedacht. Aber aus diesem Grund heißt es natürlich auch das Geburtstagsparadoxon. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Lösung anschauen, die wir am Anfang hatten. Hier ist natürlich die jetzt die richtige Antwortmöglichkeit. Über 70 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zwei Leute am gleichen Tag Geburtstag haben, wenn wir 30 Leute zur Auswahl haben. Ich hoffe, du konntest das nachvollziehen. Kannst ja gerne mal Freunde, Familie, Bekannte fragen, was sie intuitiv zu dieser Frage sagen würden. Und ja, jetzt kannst du natürlich auch einmal vorrechnen. Ich hoffe, du hast was gelernt. Ein bisschen Spaß gehabt. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.